Ist das wichtig? Wir können nicht länger warten, wir müssen das Ritual durchführen. Entsehltar, es wird Zeit, dass ihr eure Entscheidung trefft. Ja, das sollte dich genug sein, glaube ich. Seid ihr gewappnet? Das überrascht keinen mehr als mich. Sie sind bereit, sich selbst zu opfern, um die Welt zu retten. Und doch werden sie nie ein Wort des Dankes dafür hören. Schon komisch, dass ein so selbstsüchtiger Mann so etwas sagt, nicht wahr? Ich sollte vorsichtig sein, dass ich daraus nicht noch etwas lerne. Ich habe keine Ahnung. Sprecht mit ihnen.